So, was haben wir denn hier noch drin? Oh Gott, was ist das hier? Ich glaube, das ist groß. Bitte? Ich glaube, das ist groß, wo ich hier bin. Bist du in der Höhle noch? Das ist aber jetzt nicht die... Ja. Dann wirst du wieder angeflamed in den Kommentaren. Du sollst nicht so viel in die Höhle gehen. Ja, genau. Der Höhlenmensch. Der Yeti. Nee, nee, Leute, keine Sorge. Der Onkel geht nur ganz kurz Yeti, sei es, das Eisen abbauen. Und die Kohle, die da ist. Kann man eigentlich einfach liegen lassen. So, jetzt haben wir das so. Dann müssten wir... Dann brauche ich noch ein bisschen Erde. Mal wieder mal ein paar Äpfel reinknallen in den Hals. Ich glaube, da war ein Skelett. Ja. Das muss sterben. Das muss schnell sterben. Seid ihr immer noch da hinten? Joa. Habt ihr Erde? Mhm. Du darfst gerne mithelfen, wenn du möchtest. Ich brauche gerade das Haus noch weit, aber ich brauche mal ganz viel Erde, aber wir haben gar nichts mehr in den Kisten. Dann komm her, ich habe Erde ohne Ende. Wir haben alles geklaut, ja. So. Tut das not, dass es schon sehr dunkel ist. Bitte? Auch noch schnell rum, dann kann ich euch helfen. Scharf. Schnipp. Gott, muss das ganze Ding hier weg, oder was? Zumindest bis zu der... Ach du dickes Ei. Ach, ich brauche mit. Also bis hierhin, da ist quasi die Endlinie. Und das dahinter muss natürlich auch alles noch ein bisschen weg, weil wir müssen ja dann schließlich auch die Tribünen rumbauen. Ja. Gott. Das hier muss ja auch weg. Aber von der Länge her, glaube ich, ist ganz gut. Mhm. Sag mal. Oh, so ein Arsch. Ich habe es leider nicht mehr ganz geschafft, dem Kollegen Einhalt zu gebieten. Ach, da kommt mal hier, da kommt schon wieder einer mit einer Krone. Sphinx Mido. Returns. Der Pharao. So, ich glaube, jetzt haben wir es doch fertig, oder? Oder muss es noch sein? Was läuft denn hier alles rum? Das ist ja furchtbar. Da kommt ja schon wieder so einer mit Rüstung. Ja, wenn dir irgendwas fallen lässt, dann ziehe ich mir das auf. Hat er irgendwas fallen lassen? Was ist das denn? Der Zombie hier, ne? Spider? Oh. Brett doch mal locker. So, was könntet ihr denn hier nicht gebrauchen, was ich euch geben kann? Schwups. Schwups. Zombie hier, ne? Kann ich mal die ganze Erde noch aufsammeln? Was bist du für ein Schaf? Wo geht's denn da? Da ist eine dicke Höhle, oder? Busch. Boom. Blöder Krieger. Doch, das war kein Schaf. Das ist eine dicke Höhle, ja. Ne, nicht wirklich. Vielleicht ein Selbstmord-Terroristen-Schaf, aber. Ich glaube nicht. So, dann muss ich mal hier jetzt weiterbauen. Alter, da glaube ich, haben wir uns eine Mammut-Aufgabe vorgenommen. Was heißt hier wir? Du. Beziehungsweise Tim und... Ach Gott, jetzt habe ich schon wieder... Tobias. Tobias. Ich kann mir keine Namen merken. Wieso Tim und Tobias? Die haben das doch gesagt mit dem Stadion. Ach so. Ja, und du eben, ne? Schlappi, wo bist du? Oh, scheiße. Vorne im Häuschen ein bisschen Terraforming. Ich muss nochmal hier alles auf eine Ebene bringen. Weil sonst ist das Haus viel zu hoch. Und ein W könnten wir eigentlich auch nochmal da hinbauen. So. Boah, was nervt es, dieses Koppel wegzumachen. Ja, deswegen wäre langsam mal eine verzauberte Spitzhacke mal Gold wert. Aber da bräuchten wir noch mehr Bücherregale für. Was ist auch... Sein Teufelskreis. Sieht bestimmt cool aus. Ich kann auf jeden Fall nichts mehr aufsammeln. Ich auch nicht. Hattest du nicht irgendwo eine Workbench? Ich hatte eine. Warte. Aber ich habe kein Holz. Dass du mir mal eine Kiste hier baust, vielleicht. Habe ich Holz? Verdammt. Auch keins? Nee. Dann ist diese Workbench wohl für den Arsch. Dann gehe ich mal schnell ins Lagerhaus. Soll ich euch was vorbeibringen? Wer hat denn da Schilder hingeschmissen? Ich. Mann. Einfach ein bisschen unnütz. Oh. Oh, da knallt es. Mensch. Krach, ich gucke. Ich glaube, das Neujahr ist schon lang durch. Ja. Also die guten Vorsätze, die ihr alle hattet, sind mittlerweile schon wieder Geschichte. Habt ihr eigentlich Vorsätze? Nö. Ich nicht. In dem Alter nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch nicht so wirklich welche. Du willst bestimmt beim Rauchen aufhören. Ne, das habe ich die letzten drei Jahre versucht und bin gescheitert. Das fange ich gar nicht mehr an. So. Copplestone. Boah, hätte ich mich gerade fast in die Scheiße geritten. Aber sowas von. Der Zombie hat sich einfach einen Stein geschnappt. Was soll den denn? Aber das kann. So. Zombie hier eine Samen. Spinnenweben. Ich brauche auf jeden Fall neue Spitzhacken. So. Zack, zack. Na, ich will hier hoch. Und Schaufeln brauche ich auch. Zack, zack. Zack. Wow. Da kommt einer mit einer verzauberten, mit einem verzauberten Bogen. Hab's gesehen. Kriege ich den? Nö, ist ja blöd. Halt, das muss ja da bleiben. So. Das muss alles bleiben. Creeper. So, so. Wer hat denn die Schilder? Ich glaube ich. Ich nicht. Die bräuchte ich nämlich doch. Wo bist du denn? Hier hinten. Immer noch hinten. Okay, ich komme gleich vorbei. So, wo ist denn der Sand? Wo ist denn ein bisschen Kies? Wo ist denn Mr. Koppel, Mann? Ja, wo is er den? Da ist der Sand. Der Kies. Wenn wir den Sand finden, der Sand ist da. Hey, wo ist der Kies? Stein. Bei Koppel. Ich glaube bei Koppel, ja. Ah. Dankeschön. Ich meine, jetzt habe ich Erde genommen, nicht Depp. Oder? Kie? Ja. Jetzt ab. Jetzt ab. Oh, jetzt ist es wieder schön hell. Alter Schwede, ist das eine Arbeit hier. Ja, das wird gerne mal unterschätzt. Nee, Kies sieht kacke aus hier. Zumindest mit meinem Texture-Effekt. Wo ist denn die Wolle eigentlich? Ich habe noch ein bisschen was. Ich habe noch neun, glaube ich. Ja, kannst du mal den Baum mitgeben, dass ich mal langsam, oder dass irgendwer mal Linien zieht? Das sieht auch blöd aus. So, da ist auf jeden Fall wieder ein Schaf. Das kann mal wieder geschert werden. Ich ziehe mal schnell. Geschoren. Ich sage, das heißt geschoren. Geschert. Geschert. So, ich habe alles hingebaut. Geschert dich. Verfatz die. So, aber da haben wir jetzt wieder Platz, oder was? Sieht so aus. Wir sollen ein Villager-Dorf überfallen. Da gibt es richtig coole Sachen, wird gerade noch geschrieben. Jetzt bin ich in die Höhle gefallen. Ach, komm. Habt ihr schon mal eins gefunden hier? Ein Dorf? Nee. Äh, nee. Ich habe letztens in einem Offscreen-Spiel stand, wo wir vom Livestream mal den Server hatten. Da haben der Mike und ich ein Tempel gefunden im Dschungel. Ja, da habe ich auch schon mal einen von gesehen. War enorm geil. Wie Mosterpflasterstein ohne Ende. Richtig geil. Hm, ich brauche jetzt irgendwas, was ich hier als kleinen Weg nehmen kann. Kies? Das sieht blöd aus, finde ich. Sieht echt doof aus. Ne, weiß ich nicht. Stein. Bei mir eigentlich nicht. Nicht? Ne. Ja, ich kann ihn auch hin machen. Ah, verdammt. Dann mache ich ihn doch hin. Ist das in den Sinn oder so? So, so. Wahrscheinlich nicht. So, Linien wollte der gute her. Mhm. Das Schaf schaut mir zu, wie ich arbeite. Das Arbeitsschaf. So, das war's auch schon. Die 18 Wolle. Hast du mir die schon hingeworfen? Ne, ich hab die schon quasi verwertet. Okay. Das muss alles weg hier, oder wat? Äh, jo. Was ist das böse? Die ganze Dragweite mal angucken, warte. Och, nee. Das geht jetzt eigentlich mittlerweile. Ist gar nicht mehr so viel. Was noch weg muss. Zumindest mal fürs Fußballfeld. Mhm. Was sagt denn eigentlich die Aufnahmezeitleiste? Die Aufnahmezeitleiste sagt 2 Stunden 18. Ist ordentlich. Ich denke, dann haben wir's gleich auch, ne? Ja, ich denke, ich mach jetzt hier noch komplett den Packen weg. Mhm. Und dann vielleicht noch so eine Viertelstunde oder so. Jo. Ja. So 2,30 hört sich gut an. Das lässt sich dann auch wieder super aufteilen. Genau. Hm, 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 hm. Ich glaube, ich muss mir mal gerade nochmal so ein neues Ding machen. Mit Crafting Table. So, zack, zack, zack. Aber da kriegen wir jetzt auf jeden Fall richtig viel schön Koppel und Erde. Ich bin so ein Witz-Spold. Ich wollte mir noch... Ich wollte mir noch Dings mitnehmen. Ach, scheiße. Hier ist ja schon Ende. Och, Menomo, wieso... Die Blöcke bauen sich gerade nicht so schön hin. Die Treppen gehen immer falsch rum hin, obwohl ich's richtig rum ansetze. Scheinbar nicht. Ja. Kannst gar nichts. Ja, aber ich meine ja... Technischer Fortschritt. Nicht bei uns. Doch, steh da. Also die Erde können wir hier schon mal stehen lassen, weil das ist ja Fußballfeld. Das passt. Stimmt. Ja. Muss eigentlich nur noch der Koppel hier weggeholzt werden. Wo ist die Blöde? Auch. Ich bin da hin. So, und dann zack, zack, zack. Boah, wenn man sich aber mal vorstellt, dass hier überall Wald war, haben wir doch einiges geschafft. Ich würde auch sagen, komplett gestört die Idee, ein Stadion zu machen. Aber so bringt man zumindest den Fußball hier noch ein bisschen unter. Ups. Ich baue mal hier ein bisschen Weg. So. Das heißt, das können wir jetzt noch auffüllen mit... Mit Erde. Mit Erde. Gut, dass ich so wenig Erde hab. Ich hab mir noch ein bisschen was mitgenommen von unten. Aber, ja, so wahnsinnig viel ist es auch nicht mehr. Drei Stacks, zweieinhalb jetzt noch. Ja, gib mir mal einen. Aber das müsste vielleicht... Warte. Ich hab leider keine Spinnenfäden und so weiter, die ich jetzt hier hätte mit hinschmeißen können. Kann nicht drauf verzichten. So. Da können wir wieder die letzte Reihe freilassen, weil da kommt dann Olle hin. So. Oh, das ist ein Winsch. Ich bin gespannt, ob das reicht mit der Erde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab noch acht. Gleich Ende. 40. Ne, das passt nicht. Ach, jetzt haben wir dann schön den Weg. Das Schlappi hat bestimmt noch voll viel. Was denn? Erde? Nee. Nö, nö. So, ich hab noch... Hast du nicht da weggeholzt für den Weg? Ja, aber ich hab nicht mal allzu viel. Ein bisschen was brauche ich noch, um das hier noch fertig zu machen gar. Wird ja langsam mit der Linie. Mhm. Da, das Schaf können wir nochmal scheren. Schaf bleibt stehen. Zack. Wie doof es guckt. Apfel, 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 Apfel. Schön. Das, glaube ich, könnte geil werden. Wir haben ungefähr zehn Häuser und in keinem steht was drin. Ja, das ist schon mal,'s 일� sequer. Das ist schon mal. Ja, wir haben noch ein bisschen... Ja, wir sind noch ein bisschen... Ja, das ist nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020